so und damit herzlich willkommen im weltraum über passana hier haben wir noch zwei kleine aufgabe wie zum beispiel dieses rennen hoffen wir einfach dass ich es gleich schaff ohne durchdreh aber ich glaube das müsste jetzt eigentlich tatsächlich ja hoffentlich nicht so schwer sein so geht es weiter durch die recht auch hier ok so ist weg da verdammt verdammt ja egal müssen wir sowieso noch mal machen wir wissen nämlich gerade leider bisschen verkackt egal aber die folge ist noch jung wir können es noch mal machen so viele diesmal bitte ohne dass wir uns verfliege das 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 mitgenommen oder 1 zu recht jawohl so jetzt sie müssen gut was haben wir jetzt hier noch den metroid haben wir schon zerstört wir müssen jetzt hier hin okay und dann kriege ich mich so sturmtruppler ich hoffe das jetzt diese kack mission die man immer machen muss vielleicht müssen wir einfach nur kämpfe ja okay das ist ja gar nicht so schlecht gut für die bühne ist na 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 nicht schon wieder hier so übertrieben hier weg mit euch ihr dreck spatz ihr probiert gar niemand zu ihr wahrscheinlich ihr blöde imperialisten hier wenn ihr wollt könnt ihr gerne jetzt ein like und ein abo da lassen es würde mich sehr freuen was wir auch machen könnt ist dass ihr dieses video noch teilt und wenn euch das extrem gefällt könnt ihr gerne like und ein abo da lassen so jetzt müssen wir glaube ich reinfliegen es ist aussichtslos das sind einfach zu viele sag das nicht wir können auch gewinnen ich bekämpfe 30 sekunde oder so konzentration leute wir bekommen verstärkung jetzt wendet sich das blatt alles klar noch neun schiff oder was so naja wenn ich höre wir sind viel mehr klingt das als würde nichts anderes für uns schmetten immer was zu mechern du wortklauber jetzt weil ich kann es jetzt kaputt machen ich glaube mit dem stück gemäht da ja gar nicht die jahre für das war das war so als noch eins durch der letzte heute wird der letzte hin wir sagen wir eigentlich den funk von der imperialen hier drauf ist doch voll ich würde sagen logischerweise ist es nur rein aus unterhaltungszwecke so um zu hoffen wir mal war es das GK so bohr Seht, sogar der kleine Druine hat es überlebt. Gut. Moment mal, war der wirklich die ganze Zeit dabei? Natürlich war der die ganze Zeit dabei. Der hat euch hier sehr gut unterstützt und hat mich hier rekrutiert. So. Nein, das müssen wir jetzt nicht schon wieder kaputt machen. Geh weg, mir hände ich schon mal kaputt gemacht. Hau ab. Buscher jetzt. Kann ich jetzt mit ihm sprechen, ja hier. Ja, ich möchte halt schon gern mit dir sprechen und nicht einfach nur in die Nähe fliegen. Jawohl, vielen Dank. Gut, dann haben wir den Weltraum jetzt hier fertig. Ich glaube, hier gibt es jetzt dann auch nicht mal wirklich was zum Einsammeln. Und deswegen geht es dann in der nächsten Folge ins verbotene Tal. Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt gerne Like und ein Abo da lassen. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Bis dahin, eine wunderbare Zeit. Möge die Macht mit euch sein. Und lasst wirklich ein Like und ein Abo da und kommt auf meine Instagram-Seite und alles andere und so weiter und so fort. Bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Und ciao.